Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zur Auslosung meines großen Weihnachtsgewinnspiels, was wir letzte Woche, Freitag kurz vor Heiligabend, gestartet haben, liebe Leute. Ja, Weihnachten ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet alle eine wunderschöne Zeit. Habt sie genossen, habt gut gegessen, seid reich beschenkt worden, liebe Leute. Auch wenn Weihnachten jetzt vorbei ist, für den einen oder anderen ist es noch nicht ganz vorbei, denn ich habe natürlich auch noch meine Geschenke für euch von dem Gewinnspiel. Ähm, ja, ihr habt natürlich alle fleißig kommentiert, ähm, habt natürlich jedes Kommentar gelesen, habt mich über jedes Kommentar gefreut, auch wenn ich sie nicht kommentiere, ähm, wie meistens bei den Gewinnspielen, kennt ihr ja, aber natürlich, ich lese sie, ja, ähm, waren gute Kommentare dabei, fand ich sehr, sehr nice, dass ihr alles so erzählt habt, fand ich mega, mega cool. Und auch vielen lieben Dank für die ganzen, äh, Weihnachtsglückwünsche. Und, ja, liebe Leute, dann spannt mich euch mal nicht länger auf die Folter, legen wir los, würde ich sagen. Vier Gewinner gibt es insgesamt, ähm, die Gewinner stehen auch schon fest. Ähm, fangen wir natürlich mit dem Gewinner Nummer 1 an. Gewinner Nummer 1, ähm, war, Gewinn Nummer 1 war genau die 20 Euro PSN-Karte. Gewonnen hat diese Mila Ayuhara. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst hier einmal dein, äh, Guthaben etwas aufstocken, ja, für noch ein paar weitere Platin-Games oder vielleicht gibt es auch ein anderes Spiel. Was auch immer du möchtest, kannst du damit machen, was du willst. Ja, also einmal 20 Euro PSN Mila Ayuhara. Ähm, Gewinn Nummer 2 war The Jumping Pasta und The Jumping Pasta, ähm, Turbo. PS4 Japan-Version. Das hat gewonnen Marc-Michael. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst hier einmal doppelt gratis platinieren. Mein Weihnachtsgeschenk an dich. Dann haben wir noch den dritten Gewinner. Gewinn Nummer 3 war, äh, Quiz des United Kingdom Silver Edition für die PS4. Dies hat gewonnen Platin-Junge. Herzlichen Glückwunsch. Auch du darfst hier einmal gratis platinieren. Mein Weihnachtsgeschenk, äh, für dich. Und Gewinner Nummer 4 ist Sascha. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst hier auch einmal gratis platinieren. Und das war das No Man Story von Rapnetic für die PS4. Herzlichen Glückwunsch, liebe Leute, äh, an euch vier. An eure Gewinner, an eure Weihnachtsgeschenke von mir. Vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht haben und, äh, ja, frohe Weihnachten gewünscht haben. Mir eure Geschichte erzählt haben. Fand ich sehr, sehr nice. Ähm, ja, auch schade, wenn ihr jetzt nicht gewonnen habt. Aber ihr wisst, ich mache sehr, sehr oft Gewinnspieler, ja. Ihr, äh, habt mit Sicherheit bei einem anderen Mal wieder die Möglichkeit, äh, mitzumachen und auch zu gewinnen. Und, ja, an die Gewinner ganz kurz noch, ähm, ihr wisst Bescheid, wie das Ganze bei mir läuft. Wenn ihr jetzt natürlich die Codes für eure Geschenke haben wollt, müsst ihr mich natürlich noch kontaktieren. Das Ganze macht ihr wie immer entweder PSN, Instagram, Facebook oder Twitter. Äh, die Links dazu findet ihr wie immer in meiner Kanal-Info. Einfach draufklicken, zack. und mich kontaktieren und dann werde ich euch die Codes natürlich dann rausgeben. Ja, Leute, und damit verabschiede ich mich schon. Vielen lieben Dank. Ähm, ja, bis zum nächsten Gewinnspiel oder zum nächsten Video, was auch immer ich mache. Ja, haut rein, liebe Leute und bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.